... ... ... So, da sind sie raus im letzten Jahr, da sind sie 14.11. durch das GV-Untertitel. Und jetzt schauen wir auf die nächste. Ah, hat's ordentlich geklappt, Serena Stenger, Katrin Metta, Beauty, Sorua und Julia Simon sind unterwegs. Beide Mädchen mit den GV-Untertitel, Sofia Jung, Antonia Teller und Sandra Fisseler. Ja, die drei GV-Untertitel, die gehen hier natürlich mit dem Tempo hoch. Schaut auf die Zeit, 44,77, also die Norm klar geschafft.